Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hatt ich denn einen Mann für eine Jüngere verlassen, oder was? Du warst eine Wette, du kleiner Büchser. Das ist der Spitz, hm? Machst du das hier? Nein, 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 nein! Unsch, du Witze hier! Ah! Sag mal! Nicht vorwarte das Geld! Du machst sie jetzt mal hübsch! Mach dich frisch, zieh dich an, komm! Zack! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen! Das ist egal! Hier, das für dich! So kann ich nicht rumlaufen! Ich sehe aus wie er... Du siehst sexy aus! Verdammt nochmal! Das weißt du ganz genau! Stell dich mal nicht so an! Vielleicht fällt's auf! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020